Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Heute geht es um eine Möglichkeit, ein Full-HD-Bild kabellos, also per Funk, zu übertragen. Das ist ein sehr spezielles Anwendungsgebiet und ich weiß, der ein oder andere Fotograf, der will mit Video eh nichts am Hut haben, aber da wir hier auch sehr viel Video machen, gibt es heute mal das, was so ein bisschen den Videobereich betrifft. Und Funkübertragungen sind eine wichtige Sache, wenn man zum Beispiel mit Gimbal arbeitet oder wenn man auch einfach über große Distanzen keine Kabel legen möchte oder kann. Und deswegen kümmern wir uns heute um ein sehr spezielles Produkt und zwar Holyland Mars 400 S. Auf der Suche nach leistbaren und zahlbaren Funkübertragungen mit HDMI und SDI sind wir auf Holyland gestoßen und sind da sehr zufrieden mit den Sachen. Angefangen haben wir mit einem komplett anderen Produkt, darf ich mal sagen. Das haben wir vor Jahren uns gekauft, da war es noch bei Marco Tech, das ist so ein Spezialladen für Video und hauptsächlich eigentlich Video. Und da haben wir uns unfassbar teure Übertragungen mit Funk gekauft, wo man extra Akkus braucht und so weiter und so fort. Ja, das Ganze ist ein bisschen einfacher geworden und zwar mit Holyland. Es gibt relativ simpel erklärt einen Sender, das nennt sich TX, steht an der Seite und einen Empfänger, heißt sich RX, steht auch an der Seite. Beide haben zwei Antennen, übrigens zwei Antennen ist schon relativ wichtig, weil man dadurch natürlich Funkinterferenzen und Funkunstimmigkeiten manchmal oder meistens sehr gut abblocken kann, wenn man eben diese zwei Antennen hat und auch zwei Antennen nutzt. An geht das Gerät übrigens an der Seite, gibt es auch einen Direct Current, also einen Stromanschluss, um das unter Dauerstrom zu halten. Ansonsten muss man eben hier die Sony NPF-Akkus verwenden, keine Sorge, das sind jetzt hier unsere Großen, die für die Live-Sendungen sind, wo halt wirklich sehr viel Leistung reingeht von Red Pro. Aber es gibt natürlich die Dinge auch in flacher und in kleiner. Ansonsten hat es hier auf der anderen Seite die Eingänge, SDI, HDMI und eben den USB-C, um die Firmware abzudaten oder auch andere Änderungen am Gerät selbst zu machen. Die Eingänge für das Signal sind HDMI und SDI. Kurz für alle, es gibt auch noch das Gerät ohne das S, also Mars 400 S ist das mit SDI, Mars 400 ist ohne SDI. SDI ist eine deutlich verlässlichere Übertragung als HDMI, weil es nicht kommuniziert. Und ich will es jetzt nicht übertreiben. Wer SDI braucht und kennt, der weiß auch, was es ist. Wer es nicht kennt, der braucht es wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt eine Sache, wo wir zum Beispiel hier bei der Live-Sendungen oder bei den anderen Sachen, die wir machen, Signale über lange Distanzen werfen und über wirklich weite Strecken damit kommen, weil es eben nicht diesen Unterhaltungskommunikationsfaktor hat, den HDMI hat. Also HDMI ist immer so, der HDMI sagt immer so, hallo, ich bin ein Gerät, ich brauche gerne 1080p 30. Und dann sagt das andere Gerät, oh, ich liefere dir aber keins, ich liefere dir nur 27p, sonst was. Und dann müssen die erstmal miteinander reden, bis sie eine Verbindung aufbauen. SDI schickt einfach raus. Ob das der Empfänger annimmt oder nicht, das ist erstmal dem Sender völlig egal. Deswegen ist es in der Produktionsschiene ein bisschen verlässlicher. Aber wenn HDMI steht, dann steht es halt auch relativ safe. Also es gibt Vor- und Nachteile. Dann gibt es hier auf der Vorderseite ein einfaches Display, wo man erkennt, wie stark die Sendeleistungen sind. Beide Antennen werden angezeigt, dann das Videosignal, was reingeht und was rausgeht, wird angezeigt. Und dann eben auch noch der ID, wobei das Gerät oder beide Geräte scannen die IDs selber und suchen sich da sehr, sehr, sehr einfach die Frequenzen raus. Wichtig bei solchen Geräten ist eigentlich folgendes. Und zwar, sie müssen verlässlich sein. Die Übertragungsqualität muss sicher sein und auch wirklich gut reichen. Und die Latenz muss möglichst wenig sein. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt einen Gimbal führt, dann darf man nicht erst eine halbe Sekunde später die Bewegung machen, weil man gerade nicht gesehen hat, wo man eigentlich hinrennt. Bei einer Regie-Monitor-Lösung, also wenn man das irgendwie nutzt, um jemandem, dem Kunden zum Beispiel, weiter weg in Ruhe im Bild zu zeigen, da ist die Latenz nicht so störend. Wir können das hier einfach mal einblenden, indem wir ein Gerät direkt ans Kabel machen. Und erst nach dem Gerät das gleiche Signal nochmal weiterschicken. Und wenn man dann die beiden Atomos-Recorder ansieht, dann sieht man auch, wie die Verzögerung da wirklich ist. Also man sieht, da ist eine Verzögerung, aber das hält sich noch wirklich in Grenzen. Vor allem unter dem Aspekt, dass unsere erste gekaufte Funkstrecke fast über 2.000 Euro gekostet hat. Übrigens, das Gerät selber gibt es so um die 500 Euro rum. Also das ist ein Viertel von dem Preis, was wir früher für derlei Geräte bezahlt haben. Halterungsmöglichkeiten gibt es am unteren Ende. Das ist der normale Schraubadapter, den man eben hier an den Rigg oder an irgendeine Konstruktion pappen kann. Ansonsten gibt es keine Halterungsmöglichkeiten. Es ist ein kleiner Lüfter drin. Wenn ich das mal, Moment, ich halte es mal ganz nach unten hier ran. Der ist schon sehr leise. Also man hört es eigentlich nicht. Man hinter der Kamera sagt gerade, man hört es eigentlich nicht. Moment. Ja, aber nur wenn du es ganz da ran hältst. Also ich höre es, wenn ich ganz, also es ist nicht so, dass es stören würde. Ansonsten ist es wirklich schön verbaut. Goldene Kontakte, es ist richtig, richtig, richtig solide. Also das ist eine Lösung, die wir wirklich empfehlen können. Es ist für Preis, Leistung unschlagbar. Es hat auch noch andere Funktionen, die wir allerdings gar nicht gebrauchen. Ich habe gelesen, man kann auch noch irgendwie so mehrere Geräte über Tablet und über sonst was anschließen. Also man kann auch ohne Empfänger den Sender als so eine Art Digitalsender nutzen, um dann auf iPhone und iPad und sowas das auszuspielen. Das ist mir zu unsicher. Also wir nutzen das ganz einfach, ganz regulär. Stecker rein, Stecker raus und dazwischen ist einfach Funk. Also das ist so unsere klassische Verwendung. Darüber können wir erzählen, über den Rest, nee. Also, das war es auch schon wieder von meiner Stelle. Ein sehr spezielles Video. Ich hoffe, das ist hier auch mal gefragt, dass wir solche Sachen machen. Das ist ja auch das, was wir beruflich sehr viel häufiger machen als zum Beispiel Fotos. Fotos machen wir sehr viel, sehr viel, sehr viel zum Spaß, weil einfach Fotografie das Tollste ist und Video nicht. Uh, hat er das gesagt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.